Wir haben heute zwei Geburtstagskinder, beziehungsweise einer hatte Mitte der Woche Geburtstag und wir haben uns in verschiedene Gruppen angeteilt. Diese Gruppen werden Geburtstagslieder erfinden oder umtexten, wie sie wollen. Und wir hoffen, dass sie gut werden. Wir sind ja eigentlich schon komplett fertig. Nicht so ganz, wir haben die Hälfte. Aber es macht Spaß, mal so zu erkunden, wie fantasievoll die Leute so sind. Wie weit wir sind. Nicht weit. Gar nicht weit. Für den Geburtstagskinder arbeite ich, dass die ganz Zeit kreativ sind und alle ganz verschieden sind. Wir wollten uns erstmal Wörter zusammensuchen zum Thema Geburtstag und daraus einen Text entwickeln. Nun suchen wir eine Melodie und Text. Ich hab noch gar nichts gehört jetzt. Ich bin jetzt echt gespannt, wie ihr seht. One, two, three. Zum Geburtstag. Zum Geburtstag, fire, 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 fire! Zum Lass informiert. Wir checken dann neue Gang. Fire, 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 fire. Wir wünschen dir, dass viele Leute, ganz besonders heute, an dich denken und dir was schenken. Wir wollen mit dir feiern und wir wünschen dir alles Gute.